Hallo meine Lieben, Kieche Ebsen sind sehr gut bei Nierensteinen, Harnweckserkrankungen und Diabetes. Sie sind sehr beruhigend, da sie Pitta ausgleichen, den Geschmack verbessern und auch die körperliche Stärke fordern. Aber Kieche Ebsen erhöhen die Warte im Körper und können daher Verstopfungen oder Blähungen verursachen. Deshalb füge ich Simt und Nelken und auch die langen Pfeffer hinzu. Diese drei sind warm, bitter, scharf und herbst von Geschmack. Sie helfen dabei die Luft ausgleichen und die Verdauung zu fordern. Dann habe ich Granatapfelpulver hinzugefügt, damit der Marmelfast und die Äpfel gut verdaut. Mit der intelligenten Verwendung von den Gewürzen können Sie 6 Geschmackrichtungen in einem einzigen Gericht hinzufügen und das Essen genießen. Tschüss!